Musik 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 Vielleicht mal weiter hier Ich frage mich, ob ich unseren Fight noch lange genug am Leben nachgehalten krieg Ok, hier machen wir einfach mal einen Mega Kick und der geht natürlich daneben Ok Also mit Felskrab haut er zwar einen Mie daneben aber dafür mit Mega Kick Aber wenn der trifft dann trifft er richtig stark Musik Da kommt auch gleich Level 20 Als nächstes von Sternwöhn im Kampf Musik Da darf unser Birki gleich weitermachen Musik 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 Das sollte wieder mal nicht allzu viel machen Ja, sogar ein Volltreffer macht da nicht viel Musik 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 TM-44 Erholung. Bei unseren normalen Trinken können wir im Kampf sowieso nicht mehr allzu viel anfangen. Die meisten unserer Pokémon sind mittlerweile auf 50+, bis auf Fight jetzt. Belly war vorher noch unter ihm, aber seitdem sie sich entwickelt hat, ist sie jetzt auch über die 50 drüber geschossen. Ich lass den Fight jetzt einmal mal vorne. Ein Sepa. Da würde ich jetzt zu gern speziell draufhauen, aber ich hab leider keinen speziellen Attacken mit Fight. Also nehmen wir einfach den Karate-Schlag. Dann lassen wir Dirk hier einfach ran, auf Minus-1-Genauigkeit will ich hier nicht drin bleiben. Ich hab irgendwie das Gefühl mit unserem Dirk, hier haben wir irgendwie so ein Exemplar, das annähernd 0 dv-Werte hat. So wie die Werte bei dem ausgesehen haben. Und noch ein Sepa. Gut. Auch im Laufe Minus-1-Genauigkeit sind. So, Level 21 für unseren Dirk hier. Entwickelt sich der jetzt schon, oder war das? War das 22? Ah, ja er entwickelt sich. Dann wird unser Dirk hier ja endlich ein bisschen brauchbarer. Ich will jetzt noch nicht sagen wirklich stark, weil so stark ist er jetzt wirklich immer noch nicht. Aber nicht mehr so schwach wie vorher. Schauen wir mal seine Werte an. Oh, 43 Angriff hat der, ok. Ist das genauso viel wie unser Marvin. Ja. Damit lässt sich zumindest schon mal arbeiten. In irgendeinem Bett hier liegt noch kurz ran, Krum. Und was ist das hier? So. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht ob ich den probieren soll. Ich mach ihn mal sicher. und auch mit dem Karate-Schlag drauf. Gut, der Silver-Pick infiziert mich jetzt nicht wirklich. Zum einen hast du nur spezielle Attacken und zum anderen ist meine Verteidigung eh schon so gering, dass ein Muschers kommt in den Kampf. Ja gut, auch wenn unser Dirk schon Level 21 ist. Muscherskilling ist eher immer noch der Beste von unserem ganzen Team. Wir werden hier noch zweimal ran probieren. Ein Tintacher kommt in den Kampf. Das lassen wir uns an Kenji machen. Er hat dafür nämlich seinen wunderbaren Schaufler. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob man sich Kenji entwickelt. Das war aber entweder 21 oder 22. Aber ich meine, es war 22. Fight war, glaube ich, 26. Sobald die sich alle einmal zumindest entwickelt haben, sind die zumindest mal aus ihren Kinderschuhen raus. Ich schaue mir bei Dirk jetzt eigentlich die Verteidigungswerte. Da habe ich vor allem gar nicht drauf geschaut. 28, 24. Immer noch nicht wirklich gut. Aber bessere physische Dev als Marvin. Was jetzt nicht allzu schwer ist. Ja. Okay, die Muscherskilling kommt hier. Okay. Schauen wir mal. Also der ist hier noch speziell. Fight hat eine wesentlich bessere Spatstift als physische. Das Muscherskilling hat auch noch keinen Eistyp. Das heißt... Wir sind Dafa zumindest noch sicher. Dieses Muscherskilling hat auch offensichtlich keinen Wert. Sonst hätte der erste Schimpf nicht mal getroffen. So. Wieder einer geschafft. Hier ist ein Hypertrunk. Können wir irgendwann dann vielleicht mal brauchen. Hier mal noch ein Supertrunk. Ich glaube, ich gehe erstmal eine kleine Runde ins Pokémon Center. Allein schon, weil Vicky kaum noch Krankenkippertankenpunkte mehr hat. Und das momentan seine einzige effektive Angriffsattacke ist. Weil mit Wickel, äh, ja. Der ist ein klein wenig zu schwach, um damit großartig Schaden anzurichten. Was ich jetzt aber auf jeden Fall noch erreichen will, ist, dass sich, ähm, unser Kenji noch entwickelt, bevor wir in die Arena gehen. Oder zumindest bevor wir von... bei Major Bob sind. Und mit einem Sanda man lässt sich das da drin wesentlich einfacher klären, als mit einem Sanda an. Und vielleicht fange ich mir vorher auch noch einen Diktor und nehme das mit ins Team. Ja, das war der Typ mit den beiden Fulkanos. Dann können wir uns einen Kenji schön draufhauen lassen, auch wenn der zweimal bedroht wird. Nikolai. Selbst mit Minus-Eins-Angriff sollte dieser Schaufel auf jeden Fall noch wehtun. Das ist schließlich eine Vulcano. Das hält mich allzuviel aus. Wir haben das nächste Fulkano. Wir bleiben am Punkt drin, auch wenn wir damit jetzt auf Minus-2 kommen. Wir sind trotzdem noch sehr effektiv. Der bewege ich sowieso nur, äh... Weg-P-Hazen. Der Brüller schlägt sogar Fehl, oder? Gut, das hat eine, ich glaube, 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass der Fehl schlägt. Das hat eine Trefferquote von 90%, wenn ich mich nicht täusche. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal Level 21. Und dann haben wir den Nikolai besiegt. Ich würde sagen, der Marvin darf jetzt dann mal wieder... Ach, hier kann man sich auch ausruhen. Alles klar. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. So. Zum einen weil er schnabel kann. Zum anderen weil die Duonaden hier nicht effektiv ist. Das ist der Fall noch mal ein bisschen mehr? Ich habe jetzt ein weibliches Duonaden getrunken. Dann auch gleich noch ein bisschen mehr. Gut. Das machen wir dann auch gleich noch mit unserem Kenji. Der kann das ja so gut. So. Der kämpft nicht, ne? Die beiden kämpfen, glaube ich, auch nicht. Aber hier drin kämpfen ein paar. Ich lasse den Kenji jetzt erstmal von, weil ich will, dass der Level 22 erreicht. Und danach darf der sich erstmal weiter hinausruhen. Taubsee. Okay. Gut. Kratzen wir halt zu Tode. Das ist ja nicht so, dass unser Kenji mit dem Kratzer keinen Schaden machen würde. Heimlich ist Nidoran. Okay. Bleiben wir direkt drin. Und hoffen wir einmal, dass der Schaufler nicht daneben geht. Wir haben eine 75-prozentige Wahrscheinlichkeit zu treffen. Nach einem Sun Level. Wir haben sogar einen Volltreffer. Der Durchbruch. Hier waren wir schon richtig. Okay. Das ist jetzt eine sehr interessante Frage. Wem bringen wir den Durchbruch bei? Ich weiß, ich kriege die TM noch mehrmals. Also auf Fight wäre es momentan am sinnvollsten, weil der kriegt dadurch den Step und hat damit erstmal eine supergeile Step-Attacke. Weil der Durchbruch hat eine super 75 Stärke. Die Frage ist, was machen wir dafür weg? Na, eigentlich den Kratzer, ne? Oder machen wir den Karate-Schlag weg? Die Alternative wäre es natürlich, das ganze Marvin beizubringen, weil damit hätte er eine Attacke, die genauso stark ist wie seine Du-Nadelkäfer. Und Kampf covert sich zumindest einigermaßen gut. Nicht perfekt, aber es covert sich ganz okay. Na komm, ich mach den Karate-Schlag weg. Braucht man eh nicht, wenn man einen Durchbruch hat. Ich hoffe bloß, dass unser Fight ist jetzt da nicht verreckt. Wie irgend so was Blödem. Ja. Teenager Guntime mit einem männlichen Nidoran. Das ist sehr schön. Kenji mag Nidorans aller Art. Die hauen ihn nämlich immer schön auf seine physische Verteidigung Und er haut ihnen immer auf die Schwäche So, aber wir haben ein Gift da mal abbekommen Gut, Gift ist jetzt nicht mehr allzu schlimm, seitdem wir ein bisschen mehr KP haben Damals am Anfang war da immer noch so ein Wettrennen gegen die Zeit So, von wegen ob man noch ins Pokémon Center kommt War die zu sie hier? Ja, die war hier So Die Kabine brauchen wir noch Ja, toller Geheimangit Was wäre, wenn ich jetzt ein Spitzel von Team Rocket gewesen wäre? Nur mal so in die Runde gefragt So Ja, meine Piercive-Bäre Eine Amrena-Bäre Dann müsste hier noch Hm, Fragia? Ja, ne, Maron, okay Ja gut, ich hätte jetzt gedacht, dass dann auch noch die gegen Brand noch drin wäre Aber gut, dann war es halt die gegen Schlaf Und dann haben wir hier auch noch ein paar Trainer Abrufen vom Schiff Gut, wir buddeln uns erstmal wieder ein Loch Macholo kann unserem Kenji eh nicht wirklich was Ähm, Kratzer reicht hier noch nicht aus Jetzt werden wir einen Schlitzer schon hinten, aber der in den Lern und Sackenji erst als Sandama auf Level 24 Es sei denn nicht, dass wir bis Level 23 in Sand landen würden Auf Level 23 lernen Aber Ich will lieber, dass er jetzt Schlenz-Sandama wird Irgendein Tachar Hab ich da irgendwas, was aussagt Könnte da effektiv gehen Ach, die Valley hat noch nicht als Radikal gekämpft Die müssen wir auch mal wieder rauspacken Und wenn man auf den Tachar und den Tachar immer schön physisch drauf hat Gehen die eigentlich auch gut down Und Kenji entwickelt sich Kann ich ihm ja dann gleich sagen, dass er sich jetzt in einen Sandama entwickelt hat Und ich mag Sandama Es ist ein super, super cooles Pokémon